schönen guten tag und willkommen ich bin es wieder lang ist es her dass wir kein video mehr oder dass ich kein video mehr aufgenommen habe zuerst wünsche ich euch allen ein gesundes neues jahr und bitte ein hoffentlich besseres als 2020 vor allem ein gesundes neues jahr gesundheit ist mir in der letzten zeit bewusst geworden ist absolut das wichtigste was ist noch passiert oder was wird passieren was kann ich euch neues sagen wir werden nicht aufhören wir werden wir planen auf jeden fall in diesem jahr 2021 mehr zu machen wir planen zwei große eigentlich die größten pus die wir jemals gemacht haben im ausland und ich kann ich weiß nicht ob ich es verraten kann aber ich verrate es einfach wir machen zwei untersuchungen in österreich und zwar von zwei schlössern und diese schlösser sind berüchtigt und berühmt und sollen wohl wirklich große paranormale hotspots sein und da freuen wir uns tierisch drauf wir hoffen natürlich und ich hoffe ihr drückt uns die daumen dass dieser lockdown dass diese krise bis zum frühjahr vorbei ist damit wir das machen können wir planen im frühjahr das irgendwann zu machen als klassenfahrt die bvb klassenfahrt nach österreich und drückt uns die daumen dass das alles klappt wenn nicht dann schieben wir das natürlich in den sommer hinein oder so aber ich glaube ihr wollt das gleiche oder dass dieser wahnsinn endlich aufhört ja und ich hoffe das wird bald passieren wir bleiben positiv außer den zwei großen pus im ausland werden wir auch noch wahrscheinlich innerhalb von deutschland pus machen wir werden euch mit neuen videos hier versorgen es werden auch noch andere zu wort kommen kev mein bruder aus dem team wird auch noch mal ein video machen marco wird auch noch mal ein video machen ihr habt ihr zwei von ihm schon gesehen ja mal schauen mal schauen was passiert wir sind sehr gespannt wir werden auch mal neue fotos machen von uns wir werden die homepage aktualisieren auf facebook wir werden einen trailer machen wir werden wie gesagt das neue folgen auch unser ghost catchers serie machen dazu kommt dann auch nur ein trailer also seid gespannt wir haben vieles vor wir freuen uns drauf und ja das war es von mir erst mal ich wünsche euch wie gesagt ein super start in die neue woche dann jetzt haben wir erst mal wochenende von daher ein schönes wochenende alles gute bleibt gesund bleibt gut und ich möchte mich nochmals bedanken für die steigenden abonnenten bei uns vielen dank dass ihr abonniert vielen dank dass ihr dabei seid und uns supportet und ich würde mir noch von euch wünschen dass ihr einfach mehr kommentiert es sind viel zu wenige kommentare unter den videos die wir posten ich will mit euch reden ich will euer feedback bekommen wir wollen mit euch reden und so können wir auch im austausch bleiben aber natürlich ist es toll wenn ihr liked und auch unseren channel abonniert aber schreibt doch irgendetwas dann wissen wir auch ja dann sind wir uns irgendwie näher also vielen dank bleibt gesund alles gute euer chris bis bald rian everyone peace peace love